Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DIY Eule. Ich bin Nassja und heute zeige ich euch mal wieder eine ganz super einfache Anleitung, die total schnell geht. Und zwar zeige ich euch, wie ihr so ein kleines süßes Portemonnaie näht. So eine ähnliche Anleitung hatte ich ja schon mal mit Plane. Und auch heute geht es um ein ganz besonderes Material. Und zwar ist das Brandneul von Snapply und zwar ist es die Snapcap. Das sieht quasi aus wie Pappe. Also ist bezeichnet als vegan leather, also veganes Leder. Und ist ein irres Material. Also hier habe ich es ja vernäht. Und man kann es halt total krass knautschen und das hat wirklich, durch dieses Knautschen kriegt das so eine Struktur wie Leder. Man kann es super vernähen, man kann es waschen. Es ist sehr strapazierfähig. Und deswegen dachte ich mir zu Proben nicht erstmal was ganz kleines draus und zu gucken, wie sich das Material verarbeiten lässt. Deswegen das kleine Portemonnaie. Das hat hier nochmal so ein Campsnap, dann kann man das auch machen. Man hat da halt wirklich hier an, so ein Hauptfach. Ich meine, da kann man ja letztendlich reinmachen, was man will. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man diese Tasche macht. Und was ihr für das ganze DIY braucht, ist natürlich die Snapcap, etwas, ein Blatt Papier, was ihr euch verhalten könnt, schon mal in der Größe. Und Campsnaps, dann einen Rollschneider und Schneideunterlage, einen Bleistift und natürlich eure Nähmaschine. Also zuallererst schneidet euch ein Stück Papier zurecht. Meins hat jetzt die Maße 23,5 x 12 cm. Das sieht dann nachher so aus, wenn ich mir das zusammenklappe. So habe ich mir das quasi überlegt. Hier kommt dann der Campsnap drauf. Und genau, das schneide ich mir jetzt einfach aus dem, aus der Snapcap zu. Und dann nehme ich mir die Innentasche noch mal ein Stück, das ein bisschen kleiner ist. So, zunächst ist nämlich mir das lange Stück und markiere mir hier mit dem Bleistift. Und die Stellen in die Knickelröcher rein rein. Also ich nähe das Ganze in 8,5 cm. Und das auch nochmal 8,5 cm. Dann gehen wir mit einem spitzen Gegenstand oder einer Schere einmal lang. Und dann habt ihr schon mal die Grundform von eurem Testschirm quasi. So, das Ganze kann ich jetzt schon mal hier hinten raufnähen. Oder mit einem Drahtstich oder einem Zierstich. So, dass nachher die Tastel hier ist und das hier offen ist. Kleiner Tipp für euch, wenn bei euch sich der Faden hier so ein bisschen komisch spannt, an das Ganze so aussieht, müsst ihr ein bisschen mit der Unterfadenspannung rumexperimentieren. Ich habe das jetzt hier gemacht. Mit einem Stück einfach. Bis das halt, hier war es noch nicht so gut und hier wurde es dann gut. Einfach so lange machen, bis das passt und die Naht auf beiden Seiten gut aussieht. Ich bin jetzt bei plus 1, irgendwas zwischen 1 und 2 gelandet. So, und jetzt haben wir die Seite quasi fertig. Jetzt kann man das Ganze einmal umdrehen bis hochklappen. Und jetzt nicht einmal hier und einmal hier entlang. Ich habe quasi dann den Klappmechanismus gemacht. Musste mir aber vorher schon mal markieren, wo der Camp-Snap hin soll und kann den auch schon mal setzen. Jetzt gibt es in der Mitte eine Markierung. Und schiebe mir hier vorsichtig die Ahle durch, sodass ich sie aber nicht hinten durchziebe, sondern nur durch die zwei Lagen. Ich habe jetzt hier unten den Druckverschluss schon mal, oben den mache ich gleich. Und dann falle ich erst hier einmal komplett um den Rand herum näher. Und so, so sieht das jetzt aus. Von vorn und von hinten. So, und jetzt kommt natürlich noch der Camp-Snap. Das heißt, hier setze ich wieder die beiden Legenteile an. Nehme mir noch meine Zange. Und presse auch das Ganze. So, und dann bin ich quasi auch schon fertig. Mit meinem Mini-Portemonnaie. Super 5-Minuten-Geschenk. Ich kann jetzt hier hinten noch was einpaschen. Jetzt hast du gerne eine Karte rein. So, und so oder so ähnlich sieht dann euer Mini-Portemonnaie aus, wenn ihr fertig seid. Das könnt ihr jetzt noch nach Herzens losknautschen. Wenn ihr diesen Leder-Effekt richtig stark haben wollt, empfiehlt sich das Ganze vorher zu knutschen. Also ihr schneidet das zu. Und dann knutscht ihr das richtig schön durch. Und dann sieht das schön ledern aus. Aber das Ganze, wenn ihr das eine Weile benutzt, hat den gleichen Effekt. Und ja, schreibt mir doch mal, wie es euch gefallen hat. Wie ihr das Material findet. Ob euch das auch so interessiert. Und was ich noch so damit machen kann. Ich habe schon gesehen, einige haben das auch als, also für Kosmetik-Festchen, für den unteren Teil genommen. Das finde ich auch total spannend. Und will das auf jeden Fall auch mal in einem etwas größeren Projekt als so einem Mini-Portemonnaie vernehmen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Was man damit noch so machen kann. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. Und da zeige ich euch, wie ich das umgesetzt habe. Und lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir auf Facebook folgt, auf Instagram oder vielleicht mal an meinem Dawaner-Shop. Dann bis ganz bald. Tschüss! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017